Im Augenblick sind die Flüchtlingszahlen etwas zurückgegangen. Man redet so von etwa 3.000 im Durchschnitt am Tag. Das ist immer noch über eine Million im Jahr, wenn man es hochrechnet. Und es gibt auch noch mindestens 300.000, die nicht registriert irgendwo in Deutschland sind. Wie sehen Sie denn unter diesen Umständen die Sicherheitslage? Gerade nach dem, was jetzt in Istanbul geschehen ist und nach dem, was in Köln geschehen ist. Also wir wissen, dass beispielsweise der Attentäter, der in Paris auf die Polizeistation zugestürmt ist, schon länger in Deutschland gelebt hat. Wir können also natürlich, wenn eine Million Menschen kommen, da hat es nicht nur eine Million Gute, sondern da hat es auch ein paar darunter, die auch natürlich kriminell sind. Da lässt sich nicht ausschließen, dass auch Terroristen mitkommen. Denn auch selbst, wenn die registriert werden, werden die nicht sagen, guten Tag, ich bin Terrorist. So einfach sind die Dinge nicht. Aber wir müssen auch wissen, dass wir schon seit Jahren Menschen als sogenannte Flüchtlinge bei uns haben, die durchaus der terroristischen Szene zuzurechnen sind. Und dass auch einige, die schon lange hier in Deutschland leben, sich erst radikalisiert haben. Also nach dem Motto, die Terroristen kommen alle über die Flüchtlinge, das ist falsch. Aber auszuschließen ist es nicht und deswegen ist die höchste Wachsamkeit auch gefordert. Also nach dem Motto. Also nach dem Motto.